Wo sind wir? Wir haben den Gegenschutz-Drehbaden. Was bekommen Sie? Hier mehr. Ah, der Hirscher wird gerade verhebigt. Wir sind auf der Bühne. Das ist ein bisschen. Wenn man schaut, welchen Namen davon sind, dass ich ein Teil davon bin und da frei bin natürlich sehr. Das weiß ich auch. Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist ein Highlight von meinen Jörg, wo er den Preis und darf. Es ist ein bisschen schön, anzuzirgen und herzurichten und die Freimischen riesig auf die Gala. Du bist ja nominiert und Favoritin für den Titel Sportlerin des Jahres.